Nachdenkseiten. Die kritische Website. DGAP. Eine unerträgliche Lobbyorganisation. Ein Artikel von Albrecht Müller. Die DGAP. Besonders unerträglich, weil wir sie als Steuerzahler mitfinanzieren. Vor kurzem erschien in einer Nachrichtensendung des Fernsehens mal wieder einer dieser Experten, die präsentiert werden, um eine Meinung angeblich fundiert weiter zu verbreiten. Es ging um mehr Geld fürs Militär. Und der zitierte Experte war Christian Mölling von der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik, kurz DGAP. Das ist eine Lobbyorganisation, die zu einem beachtlichen Teil von uns Steuerzahlern finanziert wird und die den Eindruck erweckt, das öffentliche Interesse und damit auch unser aller Interesse zu vertreten. Schauen wir uns in diesem Zusammenhang die Finanzierung dieser Organisation an. Zu 8 Prozent wird sie aus Mitgliedsbeiträgen finanziert. 21 Prozent erhält sie vom Förderkreis des DGAP e.V. 7 Prozent sind Umsatzerlöse. Zu 27 Prozent erhalten sie Zuschüsse vom Bund. Und 34 Prozent sind sogenannte Projektmittel. Man kann, man muss also davon ausgehen, dass nicht nur die 27 Prozent Bundeszuschüsse öffentliches Geld darstellen. Auch von den Projektmitteln und indirekt aus den Mitteln aus dem Förderkreis wird einiges über Steuern finanziert, die wir alle bezahlen. Auch eine genauere Aufschlüsselung der Unterstützer ist sehr interessant. Das Auswärtige Amt, das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge BAMF, das Bundesministerium der Verteidigung, BMVG, Dr. Arendt Oetker, die Europäische Kommission, Friede-Springer-Stiftung, Open Society Foundations, Otto-Wolf-Stiftung, Stiftung Mercator GmbH, Stiftungsfonds für Umweltökonomie und Nachhaltigkeit GmbH, kurz SAN. Darunter sind mindestens vier Einrichtungen mit öffentlichem Charakter, also steuerfinanziert. Und dann auch noch die Open Society Foundation des bekannten Herrn Soros und Oetker und Springer und Otto-Wolf. Eine Versammlung reicher Leute. Die DGAP hat bei ihrer Arbeit tolle Schwerpunkte. Zum Beispiel feministische Außenpolitik. Im Schrifttext finden Sie noch mehr Beispiele verlinkt. Damit wir nicht missverstanden werden, bleibt anzumerken, dass die Nachdenkseiten die Bedeutung von Frauen im Leben und vor allem auch in der Politik ganz und gar nicht kleinschreiben. Dass aber eine zum großen Teil mit Steuergeldern finanzierte deutsche Gesellschaft für auswärtige Politik einen Schwerpunkt dort setzt, ist sachlich nicht zu verstehen. Es ist zu verstehen, wenn man in Rechnung stellt, dass das Außenministerium in Deutschland von einer Frau geleitet wird und diese versucht, international zu punkten. Trotzdem kann und muss man zu der Meinung kommen, dass Steuergelder für diesen Schwerpunkt als Verschwendung zu betrachten sind. Mehr Geld für Rüstung Eingangs ist erwähnt worden, dass Christian Mölling als Vertreter dieser Einrichtung in unseren Medien auftritt. Er ist der Leiter des Zentrums für Sicherheit und Verteidigung bei der DGAP. Typisch für seine Publikationen ist ein DGAP-Memo mit dem Titel Verteidigungshaushalt 2024. Das Budget steigt und reicht noch nicht aus. Im Text ist von einer klaffenden Lücke in den Verteidigungsausgaben die Rede. Propaganda für mehr Rüstung durch öffentlich bezahlte sogenannte Experten. Ich erinnere in diesem Zusammenhang an die Liste der Methoden der Manipulation in folgendem Vortrag. Wer den Durchblick behalten will, muss die Methoden der Manipulation kennen. Dort findet man als Methode Nummer 14 Experten helfen, um zu manipulieren. Typisch für die Agitation der DGAP ist auch eine Publikation vom November 2023. Der Titel klingt hoffnungsvoll. Den nächsten Krieg verhindern. Der Text jedoch ist eine einzige Agitation für Rüstung und vor allem ohne Hoffnung auf Entspannung, ohne einen Gedanken auf Verständigung zu verwenden, wie das in besseren Zeiten der deutschen Außenpolitik selbstverständlich war. Ich zitiere die Frontseite dieses Textes von Herrn Mölling von der DGAP. Russland stellt durch seine imperialen Ambitionen die größte und dringendste Bedrohung für die NATO-Staaten dar. Nach dem Ende der intensiven Kämpfe in der Ukraine wird Moskau sechs bis zehn Jahre benötigen, um seine Streitkräfte wieder aufzubauen. Innerhalb dieser Frist müssen Deutschland und die NATO ihre Streitkräfte zur Abschreckung und notfalls zum Kampf gegen Russland befähigen. Nur so können sie das Risiko für den nächsten Krieg in Europa reduzieren. Einzig die eigene Fähigkeit zur Abschreckung und Verteidigung können Deutschland und die NATO zuverlässig beeinflussen. Nicht, ob Russland einen weiteren Krieg führen will und die militärischen Fähigkeiten dafür aufbaut. Die Zeit, die Russland für die Rekonstruktion seiner Armee braucht, sollte das Tempo der NATO bestimmen. In spätestens zehn, besser in sechs Jahren, muss sie einen russischen Angriff abwehren können. Eine Strategie, die auf frühestmögliche Abschreckung setzt, vermindert die Kriegsgefahr am ehesten. Mit jeder Alternative steigt das Risiko. Die NATO steht daher unter immensem Zeitdruck, ihre Verteidigungsfähigkeit zu verbessern. Deutschland muss einen Quantensprung wagen. Die Bundesregierung muss binnen kürzester Frist die Bundeswehr personell stärken, die Rüstungsproduktion ausweiten und die Resilienz verbessern. Voraussetzung dafür ist ein Mentalitätswechsel in der Gesellschaft. Zitat Ende Herr Mölling. Da ist klar ausgedrückt, was diese Herrschaften verlangen. Einen Mentalitätswechsel in der Gesellschaft. Vom Willen, Frieden zu schaffen mit weniger Waffen. Vom Willen, sich mit anderen Völkern zu verständigen. Geht es hin zur Aufrüstung und zur Bereitschaft zum Krieg, notfalls zum Kampf gegen Russland, wie es im ersten zitierten Absatz wörtlich heißt. Die Basis dieser Kriegsbereitschaft ist eine bösartige Analyse, die ebenfalls im ersten Absatz oben zu erkennen ist. Russland stellt durch seine imperialen Ambitionen die größte und dringendste Bedrohung für die NATO-Staaten dar. Russland werden imperiale Ambitionen unterstellt. Das ist eine immer wieder auftauchende Behauptung. Sie wird im Zusammenhang mit dem Ukraine-Krieg immer wieder wiederholt. Damit wird sie aber nicht richtiger. Es kann allerdings der Fall eintreten, dass die geringe Bereitschaft des Westens, sich zu verständigen, in Russland jene Kräfte nach oben bringt, die die unterstellten imperialen Ambitionen entwickeln und umsetzen. Darauf arbeitet die Rüstungslobby des Westens einschließlich der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik hin. Quellenangaben und weiterführende Verlinkungen finden Sie auf www.nachdenkseiten.de oder im Beschreibungstext unter dem YouTube-Podcast. Dieses Audio konnte nur entstehen, weil zahlreiche Leser und Leserinnen die Nachdenkseiten fördern und durch Spenden unterstützen. Wenn Sie auch etwas tun wollen, klicken Sie einfach den entsprechenden Button auf unserer Website an. Übrigens, Sie können uns auch bei iTunes, Soundcloud und YouTube hören. Und wenn Sie mögen, gerne unseren Kanal abonnieren und eine positive Bewertung für uns abgeben. Wir freuen uns über Ihre Unterstützung und die Weiterverbreitung unserer Inhalte.